Moin ihr Füchser da draußen und willkommen zurück hier Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Kingdom Come Deliverance. Unsere heutige Aufgabe besteht darin, einen betrunkenen Kumanen zu erdrosseln, der hier irgendwo seines Weges durch die Gegend wandert. Seid ihr auch schon so vorfreudig und heiß drauf wie ich? Das ist schön. Los geht's. Mal sehen, wo er ist. Wo ist er denn? Wie groß ist der Bereich? Wer hat den Deserteur los? Okay. Deserteur, wo bist du? Wo bist du? Ich hab mir erstmal gerade frischen Kaffee gemacht, weil, alter. Und die Sonne darf jetzt auch wieder hier rein scheinen, es ist ja nicht mehr dunkel. Und dann werden wir gleich mal wieder versuchen, jemanden zu erdolchen. Das hat bis jetzt immer sehr gut funktioniert. Es war fast nie ein Problem. Also ich sehe den Deserteur aktuell nicht. Wir bleiben mal hier oben, weil da können wir uns schnell bewegen. Er hat uns vorne auch nicht gesehen. So, nur gucken, wo der jetzt ist. Irgendwo auf dem Weg läuft der angeblich eigentlich rum, aber es kann natürlich sein, dass er sich wegen dem Regen jetzt versteckt. Er ist wohl auch ein bisschen betrunken. Guckt euch das an, wie cool das aussieht, ey. Nice. Okay, weiter geht's. Genug über diese coole Animation des... Oh, da ist er. Alles klar. Betrunken. Alles klar, spiel speichern. Let's go. Ja, ich weiß, ist lame, aber ihr wisst ja, wie gut das Stillskill-System funktioniert. Insofern gönne ich mir das mal, wenn es okay für euch ist. Los, 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 los. Und drücken. Und klappt natürlich wieder nicht. War logisch. So, hier, fass 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 den Vieh Fass ihn, fass ihn Wieso fasst er denn nicht? Oh, scheiß Dreck, Alter Ja, geil Okay, er hat zum Glück echt nicht viel ausgehalten Okay, man muss auch mal Man muss nicht immer neu laden Jetzt haben wir auch mal ein Schwert, so Dich plünder ich jetzt Alles will ich haben Vor allen Dingen deinen Speck So, weg mit dem Bogen Okay Du kannst jetzt los Wegen der Flucht Der Deserteur ist tot Frag nicht, frag nicht Hab keine Angst mehr Der Deserteur ist Geschichte Oh Gott, Lob Ich dachte schon, ich komme hier nicht lebend weg Hab Dank, Teresa Ohne deine Hilfe wäre ich jetzt bestimmt schon Tod Ist schon gut Geh nach Thallenberg und sag den Menschen dort, was passiert ist Ich sehe nach, ob sonst noch jemand überlebt hat Das ist der Plan Okay Läuft So Das war doch schon mal gar nicht so schlecht Hundi ist glücklich Wir gehen weiter Nächstes ist C Suche beim Holzfällerlager nach Überlebenden Okay X Hundi ist am Trinken Wir gehen da rüber zum Holzfällerlager Scheint so zu sein, als wären hier sonst tatsächlich keine Komischen Kumanen mehr Das war wohl wirklich nur ein Deserteur, der hier noch rumhängte Wobei da vorne sich irgendwas Fackeliges Das macht mir Sorgen Wir stromern da mal vorsichtig drauf zu Und Wups, Alter Okay, ist doch keine Facke Ist einfach nur der Wagen, der etwas heller leuchtet Da vorne geht's zum Holzfällerlager Oh, gehen wir lieber über die Brücke Du hast ein Grab entdeckt Ja Du, da werde ich bald noch einige mehr finden Das kann ich dir sagen So, hier rüber sieht das nicht cool aus Das sieht schon echt geil aus Okay, los geht's Zack, zack, zack Hier entlang Mal vorsichtig gucken Irgendwann die Kumanen Ich sehe nichts Insofern Bin ich da guter Dinge Man kann hier auch mal Glück haben Das muss ja nicht nur schlimm sein So, hier sind wir beim Holzfällerlager Ist das ein Kumane? Nee, ne? Nee, ist ein normaler Typ Junge, du solltest vielleicht nicht hier in den Leichen rumstehen Es wäre gut, einfach abzuhauen Julian, was ist los? Gehörst du zu den Holzfällern? Nicht wahr? Ja, Holzfäller Wo ist sie? Schnell Sie sind überall Julian, du sagst lauter wache Dinge Julian, wonach suchst du denn? Was ist denn los? Wo ist was? Ich weiß nicht, was du meinst Meine Axt Ja, Axt Sie sind überall Ich brauche sie Oh mein Gott Ich glaube, er hat einen leichten Schaden mit sich genommen Kann man ihm jetzt nicht verübeln, ne? Was ist denn geschehen, Julian? Was ist hier passiert? Ist sonst noch jemand am Leben? Sie kamen von überall Überall Wo ist sie? Wie hast du überlebt? Warst du hier bei all den Bei all den Leichen? Überall Okay Julian, du musst fliehen Du musst von hier verschwinden, Julian Reiß dich zusammen Nein Sie sind überall Meine Axt Reiß dich zusammen, Junge Hör mir zu Hör mir gut zu Sie haben gerade erst meinen kleinen Bruder getötet Und davor Vater und Stibor Ich werde jetzt nicht einfach gehen und zulassen, dass noch jemand stirbt Also reiß dich in Gottes Namen zusammen Sonst setzt es Ohrfeigen, damit du zu Sinnen kommst Meine Axt Sie sind überall Ohne Axt gehe ich nicht Julian, jetzt Okay Wenn du nicht fließt, werden sie dich finden Wenn sie wiederkommen und dich finden, bist du tot Das willst du doch nicht, oder? Nein Meine Axt Wo ist sie? Das führt so zu nichts Okay Ich muss etwas anderes probieren Das bringt so nichts Wie soll ich nur zu dir durchdringen? Wir müssen seine Axt finden Okay Julians Axt finden Wo wird sie wohl sein? Das vielleicht? Juli Oh, das ging einfach Es scheint hier nicht sonderlich gut zu duften Julian, ich hab hier deine Axt Julian, reiß dich zusammen Hier hast du deine Axt Danach hast du gesucht, nicht wahr? Jetzt kannst du dich wehren Die Axt Ja, meine Axt Gut, Julian Und jetzt geh nach Talmberg Die anderen sind schon dorthin unterwegs Lauf wie der Teufel Und zwar sogleich Talmberg Ja Lauf Julian Lauf mit deiner Axt Du Lauf weit weg So weit wie du kannst Und so schnell wie du kannst So, fass Okay, Julian ist mit deiner Axt versorgt Das läuft Man muss auch mal nett sein, ne? Auf ihn einreden hat nicht funktioniert Der Wald war völlig fertig So, D Suche beim Wald nach Überlebenden Waldgarten Ach, das war der Waldgarten der Hexe Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt erst mal Ne, komm, wir gehen erst in den Wald Gehen wir in den Wald Müssen wir einfach nur weiter geradeaus Über die Brücke und dann in den Wald hinein Da finden wir vielleicht auch wieder einen Wolf oder so Schön modderig ist das hier Wo ist mein Kaffee? Da So, hier müsste es gleich rüber gehen Yo, das sieht gut aus Oder müssen wir noch weiter Warte mal, auf die Map gucken Wir könnten hier schon rüber Ja, wir können hier schon rüber Und dann da in Richtung Wald rein Und hoffen, dass da keine Kumanen sind Ne, Spitzer? Du musst mal, wenn ich Fass sage Schneller fassen Und nicht immer 5000 Jahre warten Weißt du, das ist ein Problem Ich bin eine kleine hilflose Dame Die gut gerade eben den Betrunkenen mit dem Bogen getötet hat Aber trotzdem Im Grunde bin ich eine kleine hilflose Dame Hup Dann würde ich mal sagen Auf die Map gucken Gehen wir mal vorsichtig in den Wald rein Wenn wir so einfach rein und dann mal gucken Da hinten irgendwo Vielleicht ist da irgendwo jemand Das sieht halt einfach geil aus Also man muss halt sagen, wie es ist Dadurch, dass auch die Bäume nicht alle gleich aussehen Es sieht halt wirklich Klar sind ja Kopien Wo bist du? Oh Ich höre wen? Da ist jemand Moin Hey Marosh, hi Ja, du kannst Ja, aber dann Jetzt ruhig bitte, ja? Wo hast du sie das letzte Mal gesehen? Wo hast du sie zuletzt gesehen? Hier im Wald Wir versteckten uns vor den Heiden Ich dachte, hier wären wir sicher Doch als es dunkel wurde Kamen sie Plötzlich standen sie hinter uns Sie waren wohl genauso überrascht wie wir Wir rannten so gleich los Es war schrecklich Ein Pfeil flog knapp an mir vorbei Ich dachte, ich sterbe Ich rannte und rannte Und plötzlich war ich allein Die Heiden Die Heiden waren fort Aber Pavlena auch Ich muss sie finden Okay Wie ist Pavlena gekleidet? Was hat Pavlena an? Was sie immer an hat Ein blaues Kleid Und ein Tuch auf dem Kopf Okay Lauf du mal lieber weg Pavlena konnte bestimmt entkommen Du solltest mit der Suche Jetzt nicht dein Leben riskieren Glaubst du tatsächlich Sie hat sich im Wald verkrochen? Warum hätte sie so etwas Törichtes tun sollen? Weil es Pavlena ist Er hätte sie versucht Mich zu finden Oder Oder ihr ist etwas zugestoßen Ich muss es wissen, verflucht Alles klar Nein, bleib doch mal Warte doch mal Wegen Pavlena Hier rumzuschreien Ist gefährlich Es ist ja nicht so laut Vielleicht sind hier noch Heiden In der Nähe Aber Aber ich muss Pavlena finden Ich muss ihr helfen Ich suche schon Okay Pavlena M B Hilft Maros Pavlena zu finden? Wir schauen mal ein bisschen rum Irgendwo wird sie schon Hab keine Angst Ich bin's Marosch Marosch, hör auf Mal hier rumzuschreien Wie so ein Irrer Pavlena hat sich bestimmt Irgendwo im Wald verkrochen Er ist so fertig Der Junge Ich würde es ja eh nicht tun Aber ich würde nicht so rumschreien Hier ist der Waldgarten Mit Baldrian Wo wird sie sich wohl versteckt haben? Hier liegt jemand Totes rum Oh 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 Ja, das wird er nicht so gut aufnehmen Ruhe in Frieden, Pavlena Sie hat es leider nicht geschafft Hab keine Angst Ich bin's Marosch Marosch, du kannst jetzt aufhören mit dem Schreien Pavlena Er hört nie auf Marosch Jung Hör zu Wegen Pavlena Ich hab Pavlena gefunden Ich habe sie gefunden Wirklich? Wo? Warum ist sie nicht bei dir? Sie ist unterwegs nach Hallenberg Lügen Ne Sie ist tot Und tut mir Tut mir leid Es bringt in diesen Zeiten Jetzt noch zu lügen Bringt nix Er geht dann wie so ein Dödel Nach Hallenberg Und dann erfährt er da Dass sie tot ist Und ich bin nachher dann Die Böse Die ihn angelogen hat Das machen wir nicht Es tut mir leid Sie Sie ist tot Sie haben sie wohl erwischt Als sie euch verfolgt haben Oh nein Was ist mit dir Ich suche nach weiteren Überlebenden Hätte ich nur halb so viel Mut wie du Hörte Pavlena noch Nach Überlebenden Was die gute Dame jetzt alles gemacht hat Der Wald mit einer Axt gekümmert haben Das sieht alles ziemlich scheiße aus hier Okay er spricht unsere Sprache Das ist schon mal gut Okay ist irgendwas los Äh Töpferer Was ist los bei dir Moin Töpfermeister Warum in Gottes Namen bist du noch hier Ich versuche in mein Haus zu gelangen Wozu Du solltest fliehen wie die anderen Da drinnen ist Geld Und ich werde nicht ohne meine Groschen gehen Hör zu Vielleicht kannst du mir helfen Ihr Leute aus der Mühle Ihr wisst doch Wie man so etwas bewerkstelligt Also wirklich Willst du damit andeuten Ich wäre eine Diebin Schimpfst du mich etwa eine Diebin Komm schon Spiel nicht das Unschuldslamm Dein Vater ist wahrlich Kein Heiliger Gewiss hat er dir einige seiner Kniffe beigebracht Mein Vater ist tot Ach herrje Das wusste ich nicht Mädchen Tut mir leid Schon klar Wie hast du überlebt Hast du denn keinen Schlüssel Warum schließt du die Tür nicht auf Hast du keinen Schlüssel Sieht ganz so aus Ich muss ihn verloren haben Ich holte Feuerholz aus dem Wald Und als ich bei der Brücke ankam Sah ich die riesige Armee Ich ließ alles fallen und rannte heim So schnell ich konnte Dabei muss ich den Schlüssel verloren haben Wie hast du überlebt Wie konntest du überleben Ich hörte bis zum Morgen Auf dem Heuhaufen aus Die Heiden schnüffelten zwar dort herum Wurden dann aber abgelenkt Und rannten zum Dorf Glück gehabt ey Du solltest fliehen Hier ist es nicht sicher Du bist hier nicht sicher Und tot bringt dir das Geld nichts Flieh nach Thalmberg Solange du noch kannst Damit dann meine Ersparnisse Geplündert werden Vergiss es Wo hast du denn den Schlüssel verloren Wo könntest du den Schlüssel verloren haben Weiß nicht genau Irgendwo auf dem Pfad Vom Wald zurück nach Hause Nachdem ich über die Brücke bin Ich hatte Feuerholz bei mir Als sie angriffen Ich ließ alles fallen und floh Da habe ich wohl den Schlüssel verloren Ich helfe dir Alles klar Ja dann geh doch mal von der Tür weg man Ich würde das jetzt Ich würde das jetzt ja aufbrechen Okay ja Ah er geht weg Sehr gut Schloss knacken Sehr leicht Viel einfacher als den Schlüssel zu suchen So Tür ist auf So links irgendwo in der Vorratskammer Oder sowas Irgendwas mit Äpfeln There we go Da war wirklich ein Geldsäckel voller Groschen Und auch noch ziemlich schwer Da draußen ist gerade Stress Wir verstecken uns jetzt erstmal hier drin So ihr Lieben ihr habt den Hahn kriegen gehört Ihr wisst was das bedeutet Wir machen dann jetzt erstmal einen Break Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen Hoffe ihr dir so weit bei ihnen Spaß Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat Lasst uns breite Däumlein da Kommentare und Feedback natürlich Wie immer gerne unter dem Video posten Und ansonsten sehen wir uns dann gleich Im nächsten Part wieder Bis dahin viel Spaß beim Zocken Tschüss euer Blaufuchs Bis dahin viel Spaß bei euch Bis dahin viel Spaß bei euch Untertitelung des ZDF für funk, 2017